die kohle war hier irgendwo haben wir sie entdeckt da haben sie entdeckt das alles kohle ich kann ja mal hier wir haben diesen diesen portal zauber das schon zauberlicht portal zauber das ding brauchen wir ja nicht wirklich aber es ist nur noch eine minute rüstung 24 was ist denn das ein hut ja bis ningel hier geht es gleich rund das portal war natürlich jetzt für die füße man das getreide könnt ihr euch denn da oben mal sammeln wollen wo kommen sie dann nach diesen sammlungs zauber aufgabe erfüllt sammle kohle ok haben wir kohle gesammelt du musst gegenstände fern jajaja fortgeschrittene holzarbeiten das ist mir schon klar das haben wir ja noch nicht wo ist das portal ach die wovon von links von links ich kann die noch nicht zusammenrufen da das kohle ne hab ich noch nicht oh was haben wir ein kochbuch ok wo sind sie denn da ja gott ja jetzt kommt der hm ja angad komm helft euren noch kumpels mal da oben hallo hallo was denn er wir haben noch keine richtige bewaffnung das ist wirklich schlecht komm haut einen rum komm haut drauf boah das gibt übrigens goldmünzen da gucke ich noch nachher mal hier komm ok Okay, das ist natürlich richtig Mist, ne? Die hauen ständig ab. Ja, weil sie auch keine... keine Waffen richtig haben, ne? Er hier... Das gefällt mir alles nicht. Alter! Kann ich gar nicht. Geht nicht, oder was? Das ging schnell. Wieso bin ich da erst so schnell gestorben? Wo rennt denn ihr hin? Könnt ihr das mal bitte lassen? Oh Gott, ey. Das ist schon schwierig. Der schläft. Die nehmen die Bude auseinander. Was ist eigentlich mit ihm los? Ach so. Ach, mein Troppe. Was haben wir denn hier? Ich will keinen Winterhut. Was ist das? Äh, nein. Ich mach mal ein bisschen schneller jetzt hier. Kann das mal Tag werden? Oder gehen wir jetzt hier drauf? Ach, jetzt krammelt die sich da auch noch durch. Na, danke. Für das Gespräch. Was wollen die ständig da unten? Nicht gut. Wer hat's jetzt da erledigt? Und wieder ein Buch? Was ist das? Nein. Na? Okay. Okay. Bau Erde. Ach so. Und hier unten sterben die jetzt nicht, weil kein Sonnenlicht oder wie? Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ist nicht euer Ernst. Die sterben jetzt nicht, weil hier kein Sonnenlicht ist oder was? Das Buch kann ich auch nicht anklicken. Ja, krieg ich entfüllen, weil das nicht der Tatsache. Ratten? Ach, Ratten haben wir auch wieder. Und er hier auch. Jetzt wird es aber hier ätzend. Fertigen. Ich brauche nochmal hier. Mach mal ein bisschen paar Leitern. Damit da jemand dran kommt, den das zu macht. Was ist denn euer Problem? Hör doch mal auf. Oh, das nervt echt, du. Töt ihn, dann ist Ruhe. Das ist ja richtig nervend, oder? Was meint ihr dazu? Das ist ja, das Wasser kann ich nie aufsammeln. Ich mach mal bitte die Ratte tot, damit wir das Getreide da nehmen können. Das ist ja, das ist ja wirklich schlimm diesmal wieder. Das war Leder von der Ratte. 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 Ah, er nimmt das Buch mit. Das konnte ich wahrscheinlich nicht aufsammeln, weil das schon ein toter Zwerg verloren hatte. Nein. Das ist wirklich jetzt Wurzeln ersetzen, Wurzeln ersetzen. Schmiede, Kohle, Hammer, kein Wasser. Was gibt's denn hier im Shop? Eis kann zu Nutzwasser geschmolzen werden. Ja, wie? Was ist das? Eismauer. Eisenachst. Ich kaufe jetzt mal eine Eisenachst. Das soll dann Baum fällen, aber... Nerv, 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 Nerv. Oh, wir haben aber Ausrüstung. Wir haben Ausrüstung. So. Ne. Steinspitzhacker, Steinaxt, Baum fällen, Bergbau. Steinaxt. Steinaxt. Hä? Baum fällen, Schaden. Ich brauche noch eine Keule. Ich kaufe ein Werkzeug zum Graben. Okay. Okay. Er ist fast tot. Jetzt reicht's mir hier. Komm. Kriegt er das hin? Bevor wir dann wieder Massen kommen und der da mittendrin ist. Danke. Okay. Die gehe ich nicht normal an, jetzt, wenn wir mit dieser geringen Ausrüstung... Ähm, wir brauchen hier Fackeln. Okay. Beim Fackeln hier ist noch Kohle. Okay. Wie bauen wir denn da als am blödesten? Oh, da ist wieder so ein Heini. Jetzt fällt die da runter. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Ha. Weiber. Echt. Bevölkerungszuwachs. Achso. Geht ja hier wieder rund. Der macht das hier alles alleine, oder? Hilf ihm mal bitte. Der wird hier verkloppt und macht nichts, ne? Aber grad so. Mach mal zu. Mach mal zu. Was hab ich denn dir grad gesagt? Ist zu und ich hab hier Zwerge dürfen, die Unterkunft nicht verlassen. Hä? Wollt's nicht. Kannst aber was schaffen hier. Da ist Wasser, was wir nicht machen können. Und was ist hier mit? Wollt ihr auch nie, ne? Achso, die kommen ja nicht ans Material. Die kommen ja nicht ans Material. Äh. Holztisch. Jetzt haben wir einen Holztisch. Und... Können wir doch das schon mal wieder bauen? Da können wir doch wenigstens eine Werkbank bauen. Ne, kann man nicht. Wieso nicht? Doch, eigentlich schon. Wir haben doch einen Holztisch gemacht. Das ist Eisenerz. Das ist das hier. Und das ist ein Holztisch. Das ist das da. Dann können wir das bauen. Jetzt haben wir doch so ein Fertigungsding eben gebaut, ne? Da. Werkbank. Wo habe ich gesagt, kommen die hin? Wo wir Platz haben, ne? So. Und jetzt hier ne Werkbank hin. Und das weg und das weg und das weg. Schaffst du den da alleine? Fast. Ne, der lebt ja noch. Und der hat gar keine Ausrüstung. Ach so, und dann ist der wieder voll. Okay. Ah, das ist gleich. Oh, hier, hier, hier. Wer macht denn hier schon wieder? Anker! Hier irgendwo? Guckt mal, wie viel wir da zu bauen haben. Was ist denn hier? Anker! Da liegt noch Holz. Da ist ein Schaf. Dazu müssen wir aber die Bretter finden. Okay. Die, die, die ist vorhin abgestürzt. Jetzt steht da. Der nächste. Äh, die ist zu doof. Neues Paket. Einsammeln, bitte. Jetzt geht's dir da lang. Jetzt geht's dir da lang. Endlich mal. Das ist Kohle. Das ist Kohle. Essen, da ist noch. Es ist natürlich nicht so wirklich viel. Da haben sie schon zugemacht. Gut. Bis dahin, bitte. Das auch. Das auch. Kann man sich den Kopf stoßen. Den Stein holen wir hier raus. Schnee ersetzen. Ich weiß ja immer noch nicht, was man mit dem Groß machen kann, aber... Naja. Was ist das denn da? Das habt ihr auch noch nie weggeräumt. Zwei Pennen liegen auf der faulen Haut. Okay, und dann kann man hier noch... Schnee ersetzen. Stein ersetzen. Abgestürzt. Danke. Hier baut er mir das mal hin und da baut er das hin. Die Werkbank steht. Was haben wir denn hier? Ah, nein, look, ist da die Werkbank steht. Eisenspitzhäcke, Bergbau und Schaden. Wir könnten... Rüstung... Wir haben ja auch noch so'n Helm. Äh... Könnte das Seil nicht machen, ne? Warum wird das Seil brauchen wir nämlich Wolle? Das ist genug von Schafen. Ein Eisenerz da rein. Und Holz. Gut, Holz haben wir ja. Machen wir eins. Ach, da brauchen wir die Schmiede. Ah, Mann, ey. Weizenhammer. Und Schmiede ist nicht ohne Wasser. Ah, der lässt die Nadeln fallen. So. Wieso hast du jetzt wieder kein Werkzeug? Oh, was ist denn das Schaf-Töten? Jetzt zappelt er eh nur ständig hin und her. Okay. Okay. Ach Gott, das war ja wieder mal klar hier. So, kommt. Dann müssen wir eigentlich hier so'n... so'n Schussding hinstellen, wer ja, oder? So, kriegt er das hin? Diesmal ohne groß wegzurennen. Jaja. Sammelt das mal bitte ein. Da ist nämlich sowas dabei. Wo ist denn das jetzt hin? Verschwunden, oder was? Haben wir hier so'n viele Bugs? Das Wolle. Ähm, Ausrüstung. Hat noch jemand hier... So, dann kriegst du... Hut. Ah. Haben nix. Wo ist denn das jetzt hin von denen? Konnten wir das nicht einsammeln? Wo will jetzt er hin? Aha. Oh, hab ich das geholt. Da ist schon wieder so'n Ding. Macht's flatt. Ich will ja mal beobachten, was macht er... Gut, wird ja hinten nicht mehr weiter geschafft. Gut, wird ja hinten nicht mehr weiter geschafft. Das wäre schön. Äh, die brauchen unbedingt... Ach Gott. Es geht nicht vorwärts. Wo ist Wasser? Aber egal. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.